Nein, ich habe hier ein Ding, ein Zeug, der hat ja. Ja, was mich an TV8 zum Beispiel nervt, ist einfach, dass er halt, also die Dichtung sozusagen oben halt, ne? Dass das Ding einfach, sag ich mal, wenn du es in der Hohestasche hast oder sowas, dass es passieren kann, dass es halt aufgeht, weißt du? Weil es nix zum Aufdrehen ist, sondern nur so ein Mechanismus zum Aufschieben, weißt du? Ich schaue es mir gleich an, tschüss, ne? Alter, das ist schon wieder so eine Scheiß-Comp, Alter, was soll man da machen, Mann? Alle gehen auf Damage, oder was? Ne, total behindert. Einfach nur total dumm, total hässlich, aber ich mache es jetzt auch, ist mir egal. Alle gehen auf Damage, Alter, scheiße. Ich sag mal, Essence ist die Einzige, die ich so einigermaßen noch frei bekomme. Ja, aber das Problem ist halt, wir brauchen halt Tracks. Ja, ja, ich weiß. Probier die Soldier aus, probier halt, nicht nur bei einem rein fixen, sondern probier aus. Dann findest du schon deinen Charakter auch ein Tank mal ausprobieren, easy eigentlich. Weil ich denke, die beiden Tanks, die ich relativ spielen kann, sind Winston und Reinhardt. Ich glaube, also ganz, ohne die, also, ohne gar keinem Spieler nahezutreten, ich glaube, Reinhardt kann gar keiner spielen, außer die Top 500 irgendwie. Das kann sein, ja. Weil Reinhardt ist so urzschwer, ohne Mist. Wenn du ihn richtig spielen willst, ja, du musst aufpassen, du musst Raum gewinnen, du musst, ähm, du musst die Gegner ordentlich zurückhalten, du musst ordentlich mit dem, mit dem ganzen Spiel, also mit den, mit deinen Leuten kommunizieren, das ist schon schwer, Alter. Ja, das kommt alles mit der Zeit. Die war slow. Ah, ja, stimmt, wir haben gar keine Eile. Oh, fuck. Und ich fordere Raheel an, weil es so. Kleiner Fail. Ja, und Terressa ist tot, Tracer ist tot. Ja, du meinst tot. Das ist so useless, Alter. Das ist so useless, Alter. Ja, das macht halt null Sinn. Ja, macht es auch nicht. Wir haben keinen Tank, wir haben keinen Heal, nix. Nur Damage-Dealer. Macht null Sinn. Alles klar, buch dir nach Schlaf kurz und Bashi. Ryza. Jetzt komm, mach Damage schnell, mach die Schild weg. Oh, mit deine. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Komm zurück, komm, Drek, komm zurück, komm zurück. Ja. Ja, krieg ich ihn schon. Alles cool, alles cool. Das kann nix werden. Nee, nee. Mal war bei der Arbeit. Ups. Einen Heal haben wir jetzt bisher. Ja. T'ch. Einer tot. Boah Reaper, du Snitch, Alter. Hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch. Tracer, ja. Ohhhh. Ja, ich könnte meine Hütte gleich drauf haben. Ja, musst du wissen, ne, wann du das machst. Oh Gott. Wir müssen noch einen Point. Tracer ist hier, Tracer ist hinter uns. Ja. Du wirst sie nicht treffen. Doch, hab ich sie tot. Ah, Lucky. Lucky, Alter. Das ist das zweite Mal, als ich getötet hab. Und so wieder eine tot. Bisschen. Ja, Lucky. Warum? Das läuft doch noch. Ja. Gib nicht gleich auf. Wird schon. Vorsichtig. Oh, Farah, 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 Farah. Ja, ja, ja. Schreie nicht. Ja, sorry. Alles okay. Nur mit Farah hab ich's. Gut, wir müssen nur jetzt aufpassen. Wir müssen nur hier jetzt aufpassen. Du dürfst halt nicht in die Nähe von einem Kreis kommen, weil dann seit dem Arsch, wegen der Orisa, Vorsicht. Wenn wir dann unsere Zahlen gehen. Ash ist recht da außen. Ich schau mehr da. Oh. Ich brauche Heilung. Goya, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Black, komm du auch zu mir. Syrah oben. Tracer links. Tracer ist da wohl der Maker. Ja, alles, alles. Oh, fuck. Oh, jetzt. Ganz schwer. Ähm, die Mora hat tot. Tracer ist tot, Tracer ist tot. Ja, ich wurde nicht mit runtergezogen. Ohne Point, vorbei. Ich bin auf dem Point drauf. Ich brauche hier Hilfe, dringend. Ash ist hier. Bob, Bob, Bob. Ja, ich bin tot, ich bin tot. Vorbei, die Widow geht nicht drauf, vorbei. Ja. Line auf dem Point kann ich nichts machen, besonders nicht wenn Bob kommt. Scheiße. Die Tracer war aber nicht gut. Tracer war echt nicht gut, muss ich sagen. Ich habe die viermal gekillt. Wie gesagt, wir werden die nächste Runde auch verlieren. Ich denke auch. Wir brauchen halt einen scheiß Tank. Dann. Wir sind die einzige Dreier kommt. Wir können nur was ändern. Naja. Die anderen werden nicht skippen. Aber das wird schon besser gesagt. Drei Goldmedaille, das ist ja eh. Drei Goldmedaille, das ist ja eh. Ach, aber. Und zu viel Schaden. Ich habe schon wieder so viel Schaden rein. Oh, ich brenne schon wieder, alter. Ja, super, ich laufe halt genau am Point, alter. Ja. Guck, ob man die Welt umsteht. Ab, ab, Ash. Aber ich bin. Doch, ich fiel, alter. Ganz dringend. Ja, ich kann nicht. Ich habe mich beschäftigt. Zwei Leute. Alles gut, alles gut. Ich habe mir ein Ziel geholt. Ich habe den Gegner raus. Nein, 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 nein. Nimm nicht das. NICHTICHTICHTICHT. Danke. Ich habe sie. Ich muss geheilt werden. Ich muss geheilt werden. Oh. Der Wolf nimmt Pferde auf. Oh. Oh. Oh, okay. Oh. Ich habe die Fehler nur. So, dumm. Oh, bin ich dumm. Oh, bin ich dumm. Ziele erfasst. Wenn der Winston jetzt zu... Pass auf drauf. Vier Mann gepusht, man. Oh, der Winston. Der Winston ist tot. Tot. Hab ihn. Wenn... Wenn du Ash spielst. Wenn der Winston jetzt zu nah an die Pelle rückt, nutzt er den Shotbot. Ja, habe ich gemacht. Hast du? Okay. Ja, der ist mir direkt wie hinterher. Und zwei andere auch noch. Boah, Alter. Ja, das ist noch auf dem Spot, ne? Ja. Wir sind allein. Äh. Noch da. Holt sich zu laden. Schließt euch mir an. Hau gleich die Ult raus. Ich bin bereit den Wolf zu entfesseln. Hau gleich die Ult raus. Ich bin bereit den Wolf zu entfesseln. Ich bin bereit den Wolf zu er accidentieren. Ich bin alles über 10 fall geboren. In Fall des Millionen ist ein du übens. Oh genau! Sofrei die Ult aufgrund des Blutes weg aus. J tossig. Saai mal Autos vor. Ja vielleicht geht kein Schlüssel dran. Du sagst immer dran. Jetzt dann fährst ja einmal vom Stfrei da. Wow, ich spawnch hier, ich spawnch hier. Ich weiß nicht wo du bist, schonen. Wob, boob, 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 boob. Ja, boob, das kriegen die raus, geh raus. Wack, 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 warte, warte. Wurst, wurscht, wurst, wurscht, wir haben noch alles. Alles gut. Wir haben noch so viel Zeit, wir haben noch so viel Zeit. Ah, der Scheiß-Affe. Ah ja, hat mich auf... Alles gut, wir haben noch Zeit. Ich weiß nichts, ich hab das Glebe-Fum gemacht. Was sind wir? Ist du durch die Sonne gesprungen? Ja, ich habe die Shotgun benutzt und habe mich selber runtergeschubst. Oh Gott. Oh, da muss ich ganz schnell weg. Boah, das ist zu viel. Das ist zu viel. Boah, was macht die Widow, Alter? Oh, was? Ich bin runtergeschmissen, Alter. Von Oryzer, keine Ahnung, wie die das gemacht hat. Ja, mit seiner Bubble. Ah, okay. Wenn du das Spiel überhaupt nicht kennst, Digga, Tracer ist so cancer. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ist richtig. Aber man kann dagegen vorgehen. Ja, aber nicht mehr in der Level 10 ist. Ah, ich bin schon wieder tot. Locker. Nicht tot, nicht tot. Nein, ich bin noch in der Wind. Oh, Mann. Ich habe Ash noch geholt, aber das war's, Alter. Das war's. Ich muss sagen, ohne Nicotine ist gar nicht so schlimm, finde ich. Weiß ich nicht. Ja, für den einen nicht, für den anderen schon. Also, ich finde nicht ohne. Weil dann wäre ich nur an der E-Kippe. Naja, wenn ich auch. Deswegen. Aber, du weißt du, mich schreckt das alles schon ab, mit dem Rauchen weiterzumachen irgendwie. Wenn ich davon gehört, also, oder, weil ich ausgerechnet habe, wieviel ich in den letzten sechs Jahren verraucht habe ungefähr, weißt du? Scheiß auf die Gesundheit. Ich glaube. Ich habe 14 Jahre geraucht. Na gut. Ja, wie alt bist denn du? 28. Also hast du mit 14 angefangen? Ja. Ja, ich bin 24. Ich bin 14. Süß. 30. 25. 20. Vielen Dank.